Über 60 Jahre, Reinhardt, das stimmt, ne? Doch, sollen wir jetzt schon mal auskneiden? Hier sind wir mit seinen Pferd zu verfügen. Von Bindlitz, da sieht man immer in die ganzen Zeit. Ich hätte nie hober ankommen, vermutlich. Am Startplatz? Am Baum. Ach so. Jetzt kann ich ja was sagen. Nein, ich sag's nicht. Nein, ich schalte das Bingo. Ja, das war das von Freunden. So, die Mädels strahlen und lachen auch. Mädels, Daumen drücken für eure. Jungs, jetzt geht's. Jetzt geht's. Jetzt geht's. Auf der Reichbahn, wir gratulieren dir recht herzlich zu deinem Sieg und wir freuen uns alle allgemein so sehr, dass wir hier einen Kinksieger haben durch den Ritz. Noch mal ein gigantischer Beifall von allen, die hier auf der Wiese sind beim Ritz, für unseren Kinksieger, 20, 23, Nico Sotiagi. Applaus Beim Ausschau, in der Küche, beim Aufbau, beim Abbau, bei allen Arbeiten, bei allen anfallenden Arbeiten herzlichen Dank an all die, die sich die Zeit nehmen. Applaus Applaus